Herzlich Willkommen zurück zu Blacktail. Wir haben letztes Mal mit dem Kater gesprochen. Wir haben eine neue Art der Pfeile kennengelernt. Wir haben nervige Rätsel gelöst. Ja, die Rätsel waren nicht so nervig, aber die Umstände, die waren nervig. Ja, und jetzt... Ach, guck mal, da kann man rüberreisen jetzt. Aber wir können noch keine Kristallpfeile herstellen, deswegen verkneife ich mir das jetzt einfach mal. Und guck mal, wo uns dieser Weg hier hinführt. Ach, guck mal. Kriegen wir einen Vogel? Äh. Federn. Kein Vogel. Ein Ex-Vogel. Den würde ich aber eigentlich auch ganz gerne... Nooo. Komm mal. Bitte. Aber anscheinend gibt es keinen anderen Weg. Ah doch, da kann man rüber. So, dann haben wir hier. Den wir mal probieren hier. Genau. Dann müssen wir die Pfeile nicht benutzen. Viel besser. Und hier geht es zu Pilzen. Na, die Pilze, die müssen wir schon mitnehmen. Mal gucken, was es diesmal gibt. Okay. Kristalle. Kristalle. Ja, daraus kann man später bestimmt die Kristallpfeile machen. Riskieren es mal, ja. So, wo landen wir dann? Egal, wir werden sie rausfinden. Hoffentlich bei den Pilzen. Hier wurde es eine verdorben. Eine verdorben? Wir sind alle verdorben. Ich dachte, hier wird es Pilze geben. Hm. Hallo, mein Freund. Äh, was ist hier los? Fällt mir das hier? Glaube nicht. Hallo? Ja. Ja. Hallo. Hey. Hallo. Ich bin hier. Hm? Hier? Ich bin hier? Ich bin hier. Ich bin gerade vor dir. Oh. Oh. Ich hatte mich sicher. Dagen sind so kurz in der Mitte. Ich bin Angst, dass du mich nicht genauerinnerst kannst. In der Mitte. Es ist immer besser. um sicherzustellen. Oh! Ist es so kalt hier? Es ist. Und es ist nicht gut. Nicht so gut. Oh! Mushrooms und kalt nicht wirklich zusammenkommen. See? Ich glaube, ich habe die sniffles already. Will du, um... Will du mit mir bleiben? Up to the... I mean... Can you hold my hand? Hold my hand when I, uh... Bad news. You got no hands. What? I got no hands? Since when? Oh, gods! You're right! Where are my hands? Oh, gods! No, no, no! Where are my hands? Where are my hands? Hey! Hey! You never had hands. Where are... Huh? Never had them? Any hands? Really? Yup. No hands. No hands? No problem. Oh, you're so wise. I should get you something for being so wise. Um... You know, I've never actually got you anything worth your greatness. That's bad. That's too bad. Because the clock is ticking. Tick-tock. 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 I can hear it ticking. Exactly! So just... Let me, uh... Oh... Uh... No, 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 no. That's... No... Oh! I know! I know! I'm shaking with excitement and anticipation. It so happens a lot of strange stones have appeared in the forest lately. The stones have... Appeared? Yeah. Yeah. They... Walked in. Ah. You mean that kind of stones. Yeah. And where there are stones, there's also gotta be... Well, where there's stones, there's... Um... Sticks? Sticks? Oh! You... You're so... Clever! Ha ha ha! Actually, I meant... Gemstones! You get it? Jewels! Valuables! You deserve to have the best gemstones! Oh, you know, the kind of stones that can be used for... Dark magic! Eh? Eh? Dark magic! He he he! Sure. Anyway... Those... Stones? You know what they're up to? I do! They want to play a game! A game of statues! Uh... The game of... Statues! Oh! They love it so much they always scream in delight! It's hardly a surprise here, cause they're just cut out for that kind of game! They pretend to be still, but as soon as you turn your back, there they go! Zooming over! Breathing down your neck in a jiffy! Crazy guys! I didn't worry about them! And... It's gonna be a hell lot of fun! And a prize is waiting for you! A huge pile of gemstones! Or... Uh... Anything they've got... I... So you're not so sure it's going to be gemstones anymore? This thing sounds a bit... Well... Uh... I... 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 I may not be sure, but... Uh... I got a... Very strong... Hunch... Isn't that enough? Uh... Oh, you just gotta go there and play the game with those nice, uh... Root infected stones! And you'll win something so cool! Uh... Easy as that! Oh... Uh... The good news is... Spy... Is not getting in our way! Spion! Was für ein Spion! You mentioned Spy won't interfere, right? What did you do to keep... Yeah! Oh... I mean... You know him? Sneaky Grand Mushroom Creep! But he's not gonna interrupt us this time! I've slipped him so many red herrings... I mean... Gave him so many false leads... He's gonna chase them all season long! Meanwhile, we're going for serious business! Serious game! Like the game of statues! Cheers! Did I hear that well? You said the stones have been... Root infected? Yeah... Maybe... So... What? They're probably a bit dangerous... That's what... And that game... This may be some sort of... Invasion? You think so? Aren't you a bit... Overdramatic? I mean... Look around! It's a grave new world out there anyway! Can it be any worse? Yes... Oh... Well... You'll see for yourself... If this... Is... An... Invasion... Maybe it's even better if you... Beat them in that silly game of theirs... Right? Huh? I'd better check what's going on with these stones... Oh yes! Sure! Sure! You better... Just go there... Somewhere... And meet the... Some guy... One of them! Yeah... He'll tell you the rules of the game! Can't wait... Sure! You can't wait! Oh! Wait! I'm sorry! You'll need a password! I know the password! You do? You really know the... Stepping stone password? Of course I know! Stepping stone! Oh... Wow! You're so smart! Schon krass wie viel Zeit sie sich hier auch für die Dialoge nehmen in so Nebenquests. Dass das nicht mehr so in zwei Sätzen ist, sondern hier schon eine Geschichte so ein bisschen erzählt wird. Und Charakter auch ausgefeilt wird von dem Pilz. Das ist schon ziemlich cool. So... Jetzt bin ich mal gespannt was jetzt hier abgeht. Der Giste ist das was wir am Ende kriegen. Wo müssen wir hin? Mal... Da wollen wir hin... Da hinten... Das ist aber nicht unser Ziel, oder? Ich hätte gedacht, das Spiel findet hier statt. Äh... Äh... Elmas Nicht-Tagebuch. Steinkriege. Doch! Wir müssen da hinten hin. Ist gar nicht hier. Da ganz hinten müssen wir irgendwie hin. Okay. Das heißt wir müssen wieder zur Zwillingsstatue und dann hier hoch. Interessant. Okay. Das heißt wir können jetzt hier einfach so Sachen nehmen. Okay. Weil halt hier so viel Leben und der andere Ressourcen sind, hätte ich echt gedacht, dass das jetzt hier stattfindet. Aber vielleicht... Kommt das auch so ein bisschen drauf an, ne? Auf die Gesinnung. Vielleicht hätten wir gegen... Ich meine, hier sieht es ja auch sehr nach einem Kampf aus. Mit dieser Blume da. Kann ich mir also auch vorstellen... Wenn man jetzt bei der guten Gesinnung ist, dass man dann gegen ihn kämpfen muss. Ich weiß nicht. Vielleicht kommt da hier noch was. Aber ansonsten bin ich erstmal dankbar, wenn wir hier Zeug haben. Und beides auf. Da waren noch Federn. Und da hat es ja schon... Schon gesagt, ne? Hier ist es etwas für böse. So. Da hinten liegen nochmal Federn und Holz. Was? Den hier. Wo kommen wir jetzt hier hin? Irgendwo anders? Wollen wir hier überhaupt hin? Wirklich nicht. Och ne. Da muss man jetzt hier auch wieder mit dem Kristall-Ding rumschießen. Wir haben nur noch einen einzigen. Den heben wir uns mal lieber auf. Das gefällt dem, ne? Das gefällt dem, ne? Na ja. Vielleicht lernen wir es nochmal irgendwann. Okay. Ist ja auch die Frage, machen wir das jetzt? Oder folgen wir doch erstmal der Hauptquest? Wo führt uns denn die Hauptquest hin? Schwarzer Schweif. Die führt uns hier hin. Ne, wir gehen erstmal nach oben. Steinkrieger. Das ist gut. Sprout? Was, was du hier machst? Was meinst? Was meinst? Was ich hier machst? Ich zeige dir eine Rundle. Das nei Bestes Rundlein der Welt. Wann? Es ist wirklich... Es ist wirklich... Es ist... Oh, genau. Das Rundlein. Ich glaube nicht, dass du dein Wort auf das gehalten hast. Die Promete war nicht so sehr ernst. Natürlich war es nicht so ernst. Joke sind nicht so ernst. Und dieser ist ein wirklicher Zinger. Ein wirklicher Knie-Slabber. Ihr seht ihr? Bereit? Fire away. Okay, hier geht's. Baba... So, Baba walks into... She walks into the witch doctor's office and... She just walks in there and... Get on with it already. Oh, my. Phew. I can't. It's just too good. I'm gonna faint over here if I try again. I'll tell you next time I see you. What do you say? Oh, shit. I need some water. Ah, ob wir diesen Witz nochmal hören. Ich weiß ja nicht. Glaubt er nicht dran. Das Zeug respawnt ja auch. Ich ziehe irgendwo nochmal. Ist das ein Apfel? Giftpilze? Oh. Wir haben ein Problem. Wir haben nur noch einen von diesen hier. Und wenn wir nicht zur Hütte kommen. Ja, das ist doof. Wir kommen hier nicht weiter. Wir kommen da nicht hin. In die Richtung zumindest kommen wir hier nicht weiter. Schade. Wir brauchen dringend das Rezept für die Kristallpfeile. Was? Okay. Okay. Wildnis. Igel. Es ist nicht ersichtlich, warum Igel so eine große Begierde nach Früchten haben, da ihre Ernährung hauptsächlich aus Würmern und Insekten besteht. Jedenfalls scheinen sie für deine Hilfe ihr Ziel zu erreichen, dankbar zu sein. Ach, guck mal, wen wir hier haben. Der Teufel. Ach komm, war das mal eigentlich ganz gut. Ach, was das wiederbringt. Was das nur wiederbringt hier. Status. Unlimitierte Vollzweile. Ja, das finde ich gut. So, wo war jetzt die Katze? Diese Richtung. Mal gucken, ob wir die Kristallpfeile freigeschaltet kriegen. Ah, hier war das. Perfekt. Ah. Das ist doch eigentlich ein bisschen blöd, dass wir das jetzt so machen müssen. So, ja, was haben wir hier? X. Ähm, Info. So, ja, verlorene Seite. Herzlichen Glückwunsch. Wir hatten doch eine verlorene Seite, haben wir doch jetzt gefunden. Wo ist die denn? Äh, nee. Wir brauchen die Seiten. Wir können keine Pfeile herstellen. Halt. Hier passiert ja irgendwas. Ich weiß nur nicht was. Kristallpfeile. Ah, okay. Ah, ist hier, ist hier. So, hier haben wir den Jäger-Trank. Herstellbarer Trank, der vorübergehend deine Schritte dämpft. Oh Gott, wie auch immer, wir müssen erstmal die Kristallpfeile hier machen. So. Ja, das kennen wir schon. Schlangenfluch. Du kannst sechs zusätzliche Kristallpfeile tragen. Zusätzlich hinterlässt jede Magiepfeile beim Aufprall zwei Scherben. Feine lassen beim Sterben möglicherweise Kristalle fallen. Es besteht die Chance, dass du bei der Tötung Manna zurückerhältst. Achtung, du erhältst doppelten Schaden. Was zur Hölle? Ne, auf keinen Fall machen wir das. Never ever. Habenfluch ist besser, oder? So. Ähm. Was haben wir hier? Das Auge des Besens durchsucht die Umgebung und verlangsamt den nächsten Gegner. Hm. Okay, das ist eigentlich auch nicht schlecht, den Besen nochmal ein bisschen stärker zu machen. Ähm. Wir sind leiser, schneller und immun gegen Verwirrung. Und machen keine Erschöpfung. Das ist natürlich auch nett. Aber ich würde jetzt doch eher hier zum Auge tendieren. Genau. Mehr können wir uns nicht leisten. Dazu fehlen uns nämlich gerade wieder. Zähne. Jo. So ist es. Ähm. Okay. Du allein hast doppelten Schaden. Das finde ich schon ungünstig, sage ich mal. So. Jetzt haben wir hier fünf. Dafür brauchen wir die Kristalle. Jetzt haben wir wieder kein Holz. Ein Träumchen. Aber wir können hier wieder hin. Und ja, dann ist die Folge schon wieder durch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. zarmer. Das war mein Schaden. Vielen Dank.